Heute ist es soweit. Es ist Nikolaus. Ich hoffe, ihr habt alle eure wunderschönen großen Stiefel geputzt. Und habt vielleicht auch was drin gefunden, wie ein schöner Schokoladenweihnachtsmann oder Orangen, Nüsse, was man so alles in den Schuhen zu diesem wunderschönen Tag auch findet. Genießt ihn ganz doll, freut euch miteinander und bis ganz bald. Bis ganz bald. Tschüss.